Bis es soweit ist, hören wir die Wadlbeißer erst jetzt noch mal. Die Innviertler und zwar mit einem Klassiker aus den 50er Jahren. Leeroy Anderson hat es damals geschrieben, ein amerikanischer Komponist. Barclas Holiday, wir sind froh, dass alle Trompetenspieler, alle Hornisten, alle Posaunisten und Tubisten jetzt nicht gerade im Urlaub sind, sondern hier bei uns beim Hitzinger Musik machen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf die Innviertler, auf die Wadlbeißer Barclas Holiday. von Leeroy Anderson. Musik 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 Untertitelung. BR 2018